Ich habe einige Nachrichten bekommen zur Ukraine aktuell. Viele Ängste und viele meiner Zuschauer schauen natürlich mit Sorgen in diese Richtung, was ich vollkommen verstehen kann. Mit diesem Video möchte ich dir ein wenig die Angst nehmen, denn wir wissen, und meine Zuschauer wissen das sowieso, dass das, was wir immer auf den Bildschirmen sehen, ganz viel mit Angst zu tun hat. Es gibt kaum einen Tag, dass nicht eine Nachricht kommt, die mir Angst oder Sorgen machen würde, wenn ich mir jetzt die Nachrichten anschaue. Natürlich ist Thema Krieg etwas, wovor wir alle Angst haben und was keiner von uns haben möchte. Aber eins wissen wir 100 Prozent. Diese Angst, die wir haben, diese Sorgen, die wir haben, genau das ist die Nahrung vieler Kräfte, die damit arbeiten wollen. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist uns diese Nachrichten nicht anschauen, keine Bilder anschauen, die zu Ukraine kommen. Es gibt viel Alternativ, was berichtet wird. Ich möchte jetzt hier nichts verbreiten, weil ich gar keine Ahnung habe. Ich bin nicht in Russland, ich bin nicht in Ukraine, ich bin nicht in Putin drin, ich weiß nicht, was da wirklich abgeht. Aber was ich weiß ist, wenn ich helfen könnte, schaue ich mir die Nachrichten an, um einen Weg zu finden, zu helfen. Ich weiß, dass ich aber nicht helfen kann, um diesen Krieg zu verhindern. Das Einzige, was wir alle machen können und deswegen auch heute dieser Podcast, ist in unserer Mitte zu bleiben und den inneren Frieden zu finden. Damit geben wir, wenn wir dann neutral bleiben und im Frieden sind, gewissen Kräften keine Macht mehr, die hungrig danach sind, unsere Ängste abzusaugen, unsere Sorgen abzusaugen. Diese Schuld, Scham, diese unteren Angst, Frust, das brauchen wir denen gar nicht abzuliefern. Nicht hinschauen. Schaut mal, ihr Lieben, eins, was ich die letzten Jahre gelernt habe von dem Buch Sorge, dich nicht lebe, ist, wenn ich mir jetzt Sorgen mache, mache ich die Situation damit nicht besser. Wenn es die Situation besser machen würde, können wir uns jetzt alle Sorgen machen, macht es aber nicht. Deshalb das, was wir machen können, in unserer Mitte bleiben und uns mit Dingen beschäftigen, die uns beruhigen, die uns das Gefühl geben, entspannt zu sein. Viele Menschen sind jetzt total nervös, sind wahrscheinlich Kampffluchtreaktion oder in der Starre, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen, weil ihnen die Menschen leid tun. Wenn ihr in den alternativen Medien guckt, es werden keine Menschen angegriffen, es geht um einen Militärstaat. Ich weiß nicht, ich ergib das jetzt einfach nur weiter, was da in den alternativen Medien ist, aber das, was ich mitbekomme, das Ziel ist nicht, Menschen zu töten, schon gar nicht unschuldige Menschen. Es geht um eine ganz, ganz andere Sache. Bleib in deiner Kraft, indem du dich mit Dingen beschäftigst, die dich entspannen, die dich runterholen von diesem ganzen Stress. Finde einen Weg für dich, dich abzulenken. Wir haben alle eine innere Stimme, die gierig darauf ist, Nachrichten anzuschauen, wo es manchmal blutig zugeht. Ignoriere diese Stimme und beschäftige dich mit Dingen, die dir Spaß machen. Nur wenigstens die nächsten paar Tage. Ich glaube nicht, dass es jetzt lange ewig so gehen wird. Es hat einen größeren Hintergrund, was da gerade passiert. Und es dient alles zum Guten. Deswegen, ich weiß, dass einige, die zuhören, denken, oh Gott, die hat auch gar keinen Plan. Die Welt geht unter und die sagt, bleib in deiner Mitte. Und das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Und deswegen teile ich das mit euch. Wenn du etwas Besseres hast, einen besseren Vorschlag, dann kannst du es gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber dass wir uns jetzt alle vor dem Fernseher sitzen und im Angst und in Sorgen sind, damit ist niemandem gedient, außer der dunklen Seite. Die freuen sich über unsere Angst. Ich sende dir ganz viel Frieden in deinem Herzen, Entspannung und Geborgenheit. So, dass wir alle uns darauf fokussieren, wie wir unsere Welt sehen möchten. Und nicht, wie die anderen dunklen Kräfte die Welt gerne hätten. Dieses Bild, dem geben wir keine Energie mehr. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend und bis bald zu einem der nächsten Videos.